Rote Rosen Vorschau Folge 3783 Silke gibt klar zu verstehen, dass ihr die Beziehung zwischen Amelie und Jorik nicht passt. Amelie ist das egal, doch Jorik ist die Meinung seiner Mutter wichtig. Bei einem gemeinsamen Essen zicken sich die beiden Frauen an. Amelie bringt sich unfreiwillig in Lebensgefahr. Marvin stellt Charlotte vor die Wahl, entweder London oder er. Charlotte ist am Boden zerstört, Marvin hat Angst, Charlotte zu verlieren. Annette kann ihm klar machen, dass er Charlotte nur halten kann, wenn er loslässt. Doch Charlotte kommt ihm zuvor, sie will das Studium für ihn absagen. Sandra und Matthias wollen ihr Traumhaus verkaufen. Johanna bringt Clara Weigert ins Spiel. Sie will das ehemalige Haus ihrer Großeltern tatsächlich zurückkaufen. Und sie verhilft Sandra und Matthias sogar zu einem zeitnahen Hochzeitstermin. Delay und Simon freuen sich über Jeddas Besuch. Doch es kommt direkt zum Streit, Jedda beobachtet Delay bei der Festnahme eines Ökoaktivisten und wirft ihr vor. Simon will vermitteln und hat plötzlich beide Frauen gegen sich auf der falschen Seite zu stehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.